Der Kass von lang, wo du in die Welt kommst, dann ist mein Spaß vorbei. Du willst lernen, wie immer gescheitere, doch sie sagen zu dir, da, da, ja, du wirst besser. Kannst schon vieles, doch es ist ihnen nicht genug. Du willst bleiben, besteigen und wingen, doch sie sitzen nicht von zu. Du willst reden, du willst fühlen, du hast die ganze Welt im Kampf. Doch sie johnen die und sie grünen die und sie sitzen nicht am Teuf. Und das auch heißt jetzt Peppe und das Auto ist brumm, brumm. Das Leben kann so schön sein, doch sie halten die für dumm. Wir sind alle große Lichter und wir leichten in die Welt. Und je mehr wir uns erkennen, umso weniger brauchen wir's Geld. Wir öffnen unser Herz und transformieren alles im Scherz und schon ist's vorbei. Mit all dem alten Kommerz. Ja, wir sind alle große Lichter und wir leichten in die Welt. Leben wir uns ab eben aus der Mitte, wenn wir uns auch viel Seichs erzählen. Wir glauben kein Kass mehr aus der Kiste. Ich muss Fernsehen. Sagen der Bild-Zeitung und der Kronen-Zeitung Adieu. Und schon, und schon, und schon wird unser Leben wunderschön. Ja, ohne diesen ganzen Medien zeigst und ohne diese Fremdeinflüsse wird unser Leben richtig schön. Und wenn wir schon viel drin haben, dann putzen wir's halt einfach aus und lassen wir's los. Machen wir uns einen Kopf lang. Ja, und wer mich musikalisch erleben will, das nächste Mal am Ostersonntag, beziehungsweise am Sonntag zum Ostermarkt, am 25. März. Ich bin in Sonneberg, in Schener-Sumberg, das ist ein paar Kilometer von Neustadt weg, an der Thüringen, Thüringen, an der Grenze Thüringen-Bayern. Und da in der Fußgängerzone gibt's ein wunderbares Geschäft, das ist die Salzgrotte in Sonneberg. Und da spiel ich ab 2, drin oder heraus, nach Wetterlage, Mantren, Lieder, Verzeihgeschichten, und so weiter. Also, 25. März, Sonneberg. Und am 6. März, am Freitag, bin ich wieder am Mutberg drum, auf der Arnold-Hütten, und mach einen musikalischen Abend, Mundart, musikalisches Gipfeltreffen mit Magnolo. Und ich freu mich, wenn ihr dabei seid. In diesem Sinne. Ja, wir san' alle große Lüchter und wir leuchten in die Welt. Ohne mehr wir uns verstehen, also wegen ein braunes Geld. Wir öffnen unser Herz und transformieren uns im Scherz. Und schon ist es vorbei, mit euren Wollen komm jetzt. Und Gutes. Also, wir sehen uns. Und ja, wenn dir das taugt, was ich mache, ruf mich einfach an oder schreib mir einen kurzen Sprücherl. Ich spiele gern, auch für dich, bei dir und zu deinem Event. Oder ja, jetzt kommt dir der Frühling, da wird es dann fein. In diesem Sinne, der Magnolo wünscht dir einen feinen, super Schneider Tag.